Guck mal selber nach Gym Fails hier, Jahre 10 Monate, 2 Monate, mhm, Mistakes im Gym History, vor 2 Monaten 1,4 Millionen, da ist ein Ollen zu sehen, da gehen wir rein. Im Ticken höher hätte man es einstellen können. Oh, da habe ich aber an einer super Stelle Pause gedrückt, wa? Eieieieiei. Na? What happened next? Ja, da hat das Fläumchen wehgetan. Ui, ui, ui. This girl has a DIY Pull-Up Method and it seems to be working out pretty well, but then the rope just snaps and the whole thing just goes wrong. Oh, oh god! Die Haare noch rein. Okay, das ist lustig. In this clip, the girl squatting went to the gym with her prankster of her friend and she does something unthinkable to her friend. Boah, das ist assi. Das ist echt assi. Sie macht halt eiskalt weiter. A girl's worst nightmare happens, as in the clip, the girl is doing leg curls and just farts right in the trainer's face. Ach du scheiße, man. Ach du scheiße, die furzt den Trainer einfach. Guck mal, wie angepisst der Trainer ist. Der findet das gar nicht witzig, Alter. Der lacht da nicht drüber, der fand das gar nicht witzig. Er macht einen Legworkout, das betrifft Jumping, aber am Ende kann er sicherlich sagen, dass er auch auf ihrer Balance arbeiten muss. Aua. Uff, Alter. Dieser Mann ist ungefähr 600 lb hoch, aber ich versuche dir, was er macht, ist etwas, was du noch nie gesehen hast. Was war das denn? Sie guckt auch noch voll hin. This couple at the gym decided to do a workout that seems a bit unusual. I'm not the one to judge, but let me know down in the comments what you guys think of this. Ja, das nennt man Motivation. Die Frau motiviert den Typen einfach. Da fällt mir meine Story wieder ein, die ich letztens gemacht habe. I smell pussy. I smell pussy. This girl is trying to do polar aerobic exercises, which seems to take a lot of flexibility, strength and coordination. Of course, one mistake will send you flying off, and this girl does just that. This cheerleader gets thrown up in the air by her partner and is supposed to get caught by him. Unluckily for her, the guy seems to make a mistake and watch what happens. This guy is definitely a professional that knows much more than I do. I mean, just look at the technique, guys. Was geht mit ihm? Äh, okay. Das sah irgendwie affig aus, aber irgendwie auch geil. Boah, ist die behindert, Alter. Ist die behindert, Alter. Ja, wenn man sich alle Bänder und das Fußgelenk brechen möchte, dann kann man in High Heels sowas machen. Boah, ist die behindert, Alter. Ist die behindert. Alter, boah, ey. Hier hat sich auf jeden Fall, entweder sind die Bänder überdehnt jetzt oder gerissen. Aber er sieht einfach wie ein hauptes Pferd. Schau das aus. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hungry Chicken. Er versucht, Nacken ziehen zu machen, aber es ist halt viel zu schwer. The guy here is doing a handstand by the pool and as his girlfriend comes, he gets a little too excited and this happens. Oh, damit er seine Perle nicht trifft. Ehrenbruder an dieser Stelle. Damit er seine Perle nicht trifft, ist er mit den Beinen zur Seite und hat seine Schienbeine voll auf das Ding gehauen. Achtet mal. Aua, 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 aua. Boah, Perle, ey. Sag dem Mann auf jeden Fall mal Danke, ey. Entschuldige dich mit nem. The guy here got caught up looking at this attractive girl and ends up falling off the treadmill. But what he does after is just legendary. Er ist auch gar nicht gestellt. Ist auch gar nicht gestellt hier. Nice juicy butt. This girl is trying to do a handstand, but she ended up losing her balance and this just looks so painful. Ach ne, das geht aber. The girl here has a very strange workout that I'm sure got the whole gym looking. She must be getting very flexible if she keeps this up. Vibriert der Ball oder was macht die da? This guy is training to be a main character of an anime and he's doing some unthinkable workouts. But by the end he just ends up looking like Spider-Man. Ach der Idiot, ey. Ich mag den nicht. Die saugt den Ball an. Another girl tries to do workouts in heels and similar to the last clip, it does not end well for her. But this one is way worse because she is running pretty fast on the treadmill and this happens. Ah, ja. So dämlich. So dämlich. This guy tries to impress these two girls at the gym. Unluckily for them, the guy wasn't strong enough and they all end up falling. Na gut, da hat sich ja keiner weh getan. Da hat sich nur der Typ klamiert. Und die Bands just snap back at his face. This just looks so painful. Aufs Auge. Das ist das, wenn Typen versuchen, Frauen im Gym zu beeindrucken, ne? Ei, ei, ei. Ja, so geil war das Video jetzt nicht. Ooooooooh. Ahh. B intelligible 8 Boat Kamu. Boat Kamu. Untertitelung des ZDF, 2020